Anstart und zum 13. Türchen im politisches Bier Adventskalender habe ich mir ein Bier ausgesucht und zwar etwas leichteres für den Montag, wo man gerade in die Woche startet. Wir sind den Drogenboss. Wer jetzt denkt, ha lustiger Name, der Ort heißt tatsächlich so, ist so am südwestlichen Zipfel von Brüssel oder Großregion Brüssel. Er liegt quasi genau auf der Grenze zwischen der Flämischen Gemeinschaft oder der Flämischen Region und der Region Brüssel Hauptstadt und ist erst seit 2020 auf dem Markt und braut vor allen Dingen leichte Biere. Also eher ein Pale Ale mit 4,5 Prozent, Sie haben ein Cezo, was um die 5 Prozent dreht, eine Berliner Weiße, ein Sour auch noch mit 3,5 Prozent. Das stärkste ist eigentlich ihr Smoked Stout mit 8,5 Prozent und nochmal in der Barrel Aged Version mit über 9. Aber eigentlich sind sie eher für die knackigen, leichten Biere zu haben und eben mittlerweile auch viel aus der Dose, anfangs noch in Flaschen. Das Stout ist auch in der Flasche, aber ihre leichten Biere, wie jetzt zum Beispiel heute das Cream Ale, eben in der Dose. Und allemal dann mit diesem schönen Design, beziehungsweise, ja, eins, was man auf jeden Fall wiedererkennen kann, wenn die Dosen alle in einer Reihe stehen, immer eine Farbe und dann das Drogenboss in diesen drei Linien. Dargestellt, sehr einfach, aber wie gesagt, der Wiedererkennungswert ist dann doch sehr hoch, was ja auch beim Verkauf solcher Biere eine große Rolle spielt. Jeder weiß, dass die Vielfalt wird immer größer und da muss man sich eben entweder durch ganz markante Designs oder durch aufwendige Designs absetzen oder eben durch ein ganz einfaches, wie es eben hier ist, einfach mit zwei Farben. Einmal hell, einmal dunkel. Ich muss zugeben, es lässt sich nicht ganz so gut ablesen, aber wie gesagt, wenn da mehrere nebeneinander stehen, ist das schon ganz okay so. Was kann man dazu sagen? Ein Cream Ale ist ein Stil, den man eigentlich so in Europa nicht so oft findet. Er ist eher aus, kommt aus Amerika, aus der amerikanischen Braugeschichte sozusagen. Also es war quasi die Antwort auf die aufkommenden Leichtbiere, Pilzbiere und so weiter, wo man dann eben mit lokalen Zutaten arbeiten wollte. Und so hat man meistens noch ein bisschen Mais mit hineingetan. Das gab dem Ganzen noch ein bisschen mehr eine leichtere Süße und ein bisschen mehr Würzigkeit, auch ein bisschen mehr Mais, was man dann riechen konnte. Und so, ja bis zur Prohibition, wir hatten die eigentlich einen großen Erfolg, durch die Prohibition hörte das Ganze dann auf. Da haben die Kanadier das so ein bisschen weiter verfeinert und so Mitte der 30er Jahre im 20. Jahrhundert kam es langsam wieder auf und hat eigentlich seine Bestimmung gefunden und ist nach wie vor beliebt. Nur eben wurde es sehr weit zurückgedrängt durch eben die ganzen Pilz- und anderen Lagerbiere. Wir schauen uns das jetzt schon mal an, also schön, man sieht, eine schöne Trübung, Strohgelb, würde ich sagen Strohgelb, schöner weißer Schaum, der auch schön hält. Und in der Nase hat man so leichte Pfirsichnoten gepaart mit so einer leicht würzigen, grasigen Note. Auf jeden Fall eher Steinobst als jetzt diese markanten Südfrüchte, die man sonst vielleicht von Hopfen betonten Bieren her kennt. Hier ist ein Single Hop, die African Queen, die eigentlich eher so in Richtung Steinobststachelbeere geht, kann auch ab und zu mal ein Aroma abgeben von Citrus, Citrusgras oder eben dann eine Zitrone. Aber man riecht auch so ein bisschen Getreide, ein bisschen Mais, kann man erahnen. Und dann hat man so ein schönes, sanftes Bier, eine schöne weiche Kohlensäure, eben wie gesagt Cream Ale, ein bisschen cremig. Man hat diese Mais-Süße, es bleibt auch so ein bisschen Mais im Gaumen, also dieser Eindruck davon, dass hier auf jeden Fall mit Mais gebraut wurde, in dem Fall mit Maisflocken gebraut wurde. Und das ist so ein richtig schöner Durstlöscher. Dafür ist er eigentlich gedacht. Also er soll jetzt nicht unbedingt einen vom Stuhl reißen, was jetzt die Aromenvielfalt angeht, sondern es soll einfach ein Bier sein, was man so einfach nebenbei trinken kann. Und eben durch diesen Einsatz, dieses besonderen Hopfen aus Südafrika, hat man eben doch so eine leichte fruchtige, florale Note und dann eben so das leicht würzige, was dann noch hinten raus so ein bisschen kommt. Wer das dann trotzdem mit Essen kombinieren möchte, kann ich mir hier auf jeden Fall einen schönen Brie Fermier vorstellen. Hier hat man eben dieses Knackige von diesem Bier, würde super zu diesem Käse passen. Oder eben, wer es ein bisschen deftiger mag, kann ich mir auch gut vorstellen, Pulled Pork, Barbecue zum Beispiel. Das wäre auch etwas, was man hier wunderbar kombinieren könnte. Vielleicht noch so ein bisschen ein Funfact, beziehungsweise ein bisschen Brauleere würde ich fast sagen. Also beim Cream Ale hat man versucht eben Ober- oder Untergärige Hefe so kalt wie möglich zu vergären, um dann eben keine Ester oder Phenole produzieren zu lassen. So ein bisschen, wie man es auch beim Kölsch macht. Kölsch ist ja eigentlich ein obergäriges Bier, wird dann aber auch fast wie ein Lager dann behandelt, um dann eben auch diesen frische Charakter und eben diese Hefe-Nebenprodukte dann nicht zu haben. Und deswegen kann es sein, dass man in Wettbewerben zum Beispiel oder in einer Blindverkostung auch schon mal einen Kölsch mit einem Cream Ale oder andersrum verwechseln kann. Wenn sie natürlich nicht wie hier noch mit einem Hopfen verfeinert worden sind, dann fällt es natürlich raus. Aber ein Standard Cream Ale kann ja schon Anleihen haben, auch von einem Kölsch. So viel von mir. Ich wünsche euch hiermit auf jeden Fall viel Freude für den Montag. Und dann sehen wir uns morgen zum 14. Türchen wieder. Prost und bis dann.